Wir haben heute extra viel Glück Und wir haben heute extra viel Glück Und dann rege ich mich nicht so sehr auf Weil dieses Spiel, ey, das ist zum Aufregen geboren, Alter Oh nein, nein, aussteigen, 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 aussteigen Nein, Alter, Mann Oh mein Gott, oh mein Gott, Stand des Oh mein Gott Das war der Stunt des Jahres, Leute Oh mein Gott Weil ich hab ja nämlich die ganzen Waffen gekauft Für 100.000 Dollar Und jetzt hab ich sie immer noch, ich bin nicht gestorben Oh mein Gott Ey, heute ist das Glück auf unserer Seite Endlich mal Glück Endlich mal Glück BAM Ich hab ganz normal gebremst und der hat den Wagen gedreht, Alter Das ist zu krass Fick dich, fick dich, Mann Drecksgame Guck mal, wie langsam der geht, Alter Wenn jetzt die Polizei mich in Gefangenschaft nimmt Steigt ein, du Mist, Geburt Digga, jetzt kommt das Pech wieder zurück Merkt ihr das? Der Hupt nicht Ich drücke auf die Hupe, der Hupt nicht Der Wagen verpisst euch, ihr Drecksbullen Ich hupe, der Hupt nicht Der springt, Alter, was macht der? Der Wagen springt Wie soll ich denn hupen? Ich bin jetzt hier drin Ey, du scheiß Bulle Verpisst dich Verpisst Ohne Witz, ich bin gleich wieder kurz vorm Ausrasten Jawohl, der Hupt, Alter Was für eine scheiß Hupe, Digga Jetzt kommt noch die Polizei Guck mal, was ich jetzt mache Ich fahr da einfach rein, Leute Und hau ab Guck jetzt Jetzt kommt meine Taktik Ich versuche ein, zwei zu überfahren Was ist denn jetzt los hier? Ist das Spiel hängen geblieben, oder was? Oh mein Gott Das Spiel ist hängen geblieben Oh mein Gott, wir sind richtig gefickt, Leute Ihr glaubt nicht, wo das Problem ist, ne? Ich seh's gerade, ich seh's gerade Dieser Typ, der versucht da durchzugehen Er kommt da aber nicht durch Und das Beste ist Oh mein Gott, ich sag, wir haben heute kein Pech Wir haben das zehnfache Pech Denn wir müssen alles nochmal von neu machen Wir können nicht speichern Wir wurden noch nie so Oh mein Gott Ich muss jetzt gucken, ob vielleicht Cheats helfen oder sonst irgendwas Panzer fallen vom Himmel Ja man, das könnte vielleicht helfen Jawohl Panzer fällt vom Himmel Ja super Jawohl Nein, das bringt uns auch nix Ich kann mich nicht mal selber umbringen Mission Neustarten, geht das vielleicht? Ey, so einen Fehler hatten wir noch nie gehabt, Mann Das ist zu krass Jawohl, der Panzer ist direkt neben mir Jawohl, der Panzer ist da Guck jetzt Guck jetzt, Leute, warte Alle Wagen im Umgleichs explodieren Zack, 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 zack Scheiß drauf Egal, Leute Egal Wir haben Wir sind wieder hier, Leute Oh mein Gott Jetzt können wir wenigstens speichern gehen Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben Das ist zu krass Warte mal, wo sind die denn? Nein, 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 warte doch Gleich haben wir den Ey, geh mal weg, du Bulle, Alter Ey, das ist scheiß Bulle, Mann Ich habe so einen scheiß Taxi Hallo Oha Ei, 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 ei Aussteigen, aussteigen Weg hier Hallo Türe geht nicht auf Schneller, schneller Renn, 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 renn Nein Ey Oh Ich könnte durchdrehen Diese Geräusche wieder Was soll ich denn da machen? Hallo Lol Ich überfahre den doch Was soll ich denn da machen? Hallo Ihr findet kein Leben Ey, ich drehe durch, Digga, Alter Ja, 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 raus, raus, raus Weg, weg Guck mal, jetzt geht die kaputt Nein, das hat fast gar nichts gebracht Ey Ich schwör's dir, ich mach diese Mission nicht mehr Ich spiel mir so die Eier lecken, Alter So ein bisschen Arsch lecken Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter Was für ein Scheiß muss ich hier machen, ey Ich find das nicht Jede Mission Finde einen Wagen Ja, steck dir den Wagen in den Arsch Und direkt hinter mir natürlich die scheiß Polizei wieder Und da ist die Polizei Ja, verpisst euch Ich hab jetzt gleich so gut wie jedes Auto Jedes Auto Ich hab echt keinen Bock mehr, Digga, Alter Das ist so lächerlich Ich hab gar keinen Bock mehr Fällt nur das einmal Nur das Ich find diesen scheiß Kolumbianer Wagen nicht, Alter Was eine Drecksmission, ne, Schwester Ich hab echt keinen Bock mehr Jetzt mal wieder diesen verdammten Drecks Jamaikaner Deal, ey Ich bin so abgefuckt, Leute, Alter Mann, ohne Witz Es klappt einfach nichts Jetzt wieder Es ist wichtig, dass du nie so weh fühlst Fuck, der mich grad so übertrieben ab, dieser Typ, ey Komm, gib mal jetzt diesen Ja, halt die Ja, halt die Lass uns stehen, du Hund, Mann Ey, jetzt rennt er auch noch Ey, Borat Ey, Borat Halt die Schnauze Nein, der holt mich raus Nein, nein, nein Nein, nein Nein, nein Hallo Wisst ihr, was jetzt geil ist, Leute? Ich muss jetzt komplett nochmal rüberfahren Auf die andere verfickte Seite Was mich wieder fünf Minuten Zeit kostet Okay, Leute, jetzt kommt meine letzte Mission Wieder diese Scheiße mit dem Dreckskrankenwagen Hier, komm her, du scheiß Krankenwagen Hier, was hältst du davon, ey? Ich schwör's dir, dieser scheiß Mumie, die gleich auf dem Boden liegt Wie kriegen wir die kaputt? Da ist er Er ist abgehauen Guck mal, da liegt er, Alter Wie so eine Muschi liegt er da, Alter Hier Ich pack Alter Ich geh kaputt, Digga Ich geh kaputt Ich geh kaputt Der soll verrecken, Mann Oh Gott, Digga Jetzt bin ich auf Baustierle gelandet Ja, Polizei Ja, Polizei auch noch neben mir Super 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 Wie krieg ich den kaputt? Was soll ich machen mit dem, Mann? Soll ich den schlagen? Hier, schlag den Ich kann nix machen, da liegt er mit der Missgeburt Ey, was ist das für eine Cut-Mission, Digga, Alter Was ist das für eine Mission, ey? Ich schwör's euch, Leute Ich schwör's euch Nein, 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 nein Nein Hallo? Ich schwör schon wie der Mad Nein, Alter Mann, ey Ich schwör, fahr die Hunde alle erst mal Nein, 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 raus, raus Fuck Nein Ich fass es nicht Gringo Ist der hier drin? Nein, nein, aussteigen, aussteigen Wegrennen Lebt da noch irgendjemand? Ich glaub, die sind alle tot, oder? Ey, nicht, dass wir jetzt hier Nicht, dass er jetzt ein Gegner Oh mein Gott, Alter Ich schwör's dir Ich wollte euch grad sagen Nicht, dass wir das Tor aufmachen Da kommt einer raus Und genau das passiert Danke, Leute Dass ihr alle Genau das gemacht habt Ihr habt alle das gemacht heute So ein Auge So ein Auge Habt ihr auf mich gemacht Das war's an dieser Stelle Von der nächsten GTA-Folge Lasst den Daumen nach oben da Übermorgen geht's weiter, Digga Unglaublich, Digga, Alter Wir hatten vorgestern so ein Glück gehabt Und jetzt kommt so eine Scheiße, Digga Ohne jetzt Das war richtig, dieser Surprise, Motherfucker Kam da hoch und ballert mich ab Ich hab's gewusst, dass sowas passiert Ich hab's gewusst Deshalb wollte ich eigentlich in den Jeepfeuer einsteigen Aber hier Guck mal, der hier Was geht ab bei dem? Ey, Bruder Aue Es geht bei dir, alles klar Mit der Bombe Ich hier Wow, auf einmal Guck mal, auf einmal kann der rennen, ne? Gerade geht der wie ein Krüppel Auf einmal rennt der hinter mir Guck mal hier Verarscht Wow, ey, Bruder, du hast mir acht Leben abgezogen Acht Leben zu viel, ja? Guck mal, da liegt er Ja, da liegst du, ne? Da steht er wieder Wow, da steht er aber richtig schnell auf Hey, reicht doch Ihr habt mir so viel Leben abgezogen Ich sag euch Diese acht und Diese 22 Leben Die werden uns jetzt gleich fehlen Der gepanzerte Zeug Oh, nein Oh, nein Es ist diese Mission Wo diese Mumie da auf dem Boden liegt, Alter Oh, nein Das ist die schlimmste Mission Ich störe seine Panzer Oha, nein Oha, raus hier Schneller, schneller, schnell Ey Wenn ich jetzt nicht zum Ammonation Shop gehe Und diese Mission mache Bin ich der größte Bastard Kann mir jemand sagen Warum dieser verdammte Dreck-Shop Nicht auf der Karte markiert ist Kann mir das jemand sagen Oder man da ja da Herr Rille Peter Öhni ist da Hallo Hallo Oh, nein Nein, nein Aaaaaaah Aaaaaaah Bitte stecken Sie einen Analog-Kontroller Ja, klappelegal Wir sind nicht mehr im 18. Jahrhundert Dualshock 2 Oh, mein Gott Guck mal jetzt Wie ich mich freuen werde Den abzuballern Ja, komm Geh hoch Geh auf Oh, nein Oh, mein Gott Ich habe fast den Asiaten abgeballert Was geht, Bruder? Alles gut? Ey Stell dir vor Wir hatten jetzt den Asiaten noch mit abgeballert Oh, mein Gott Wir hatten gerade echt Glück gehabt Wo ist der Asiaten? Ja, guck mal hier Oh, der steigt da ein Korrekt Kann nicht wasen Jetzt muss ich wieder so einen Dreckswagen Halt die Klappe, Oma Mit deinen Tüten da Was ist los mit der? Oh, ich muss wieder so rumschreien Ey, Mann Jetzt muss ich wieder zum Kolumbiener Sag mir jetzt auch Der ist nicht hier Oh, da ist er doch Hallo Ah, der Kenji Oh Gott, Leute Das kann was werden Das kann was werden Ich habe keine Waffen dabei Wenn mein Wagen qualmt Brauchen wir den Wagen? Die Zakuser haben dich erkannt Wollen die mich verarschen Weil ich aus dem verfickten Wagen ausgestiegen bin Ey, das ist zu krass Das ist zu krass, Leute Jetzt bin ich den ganzen Park aus Kacke umsonst hochgefahren Ey Unglaublich, Alter Unglaublich Unglaublich Okay, Leute Wir sind wieder da Ich darf jetzt nicht auf Dreieck kommen Ich wollte eigentlich den Wagen wechseln Weil der so kaputt ist Und dann steckt er auf einmal die Mission fail Super Und jetzt Ja, super So, Auftrag erledigen Das ist doch echt nicht normal, ne Das ist echt nicht normal Wieso ist denn der verdammte Dreckswagen aus dem Nichts explodiert ohne zu brennen, Mann Ey Jetzt kommt mir kein Auto Komm, Taxi, Taxi Stopp, 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 stopp Halt die Schnauze, Digga Gib mir dein scheiß Taxi her Komm, 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 komm Schnell, 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 schnell Schnell, schnell Komm, 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 komm Wie soll ich jetzt da rüberkommen Kannst du mir das mal sagen Schnell, schnell Vier von sechs Päckchen abgeworfen Nein Und ich dachte, da ist Fußweg, Alter Jetzt müssen wir Trick 17 machen Ich mach doch hin, Alter Wie lange braucht der Ey Ey Komm, Vorsicht Da unten ist nichts Komm, schnell, schnell, schnell Schnell, schnell, schnell Nein Also, habt ihr schon mal sowas gesehen, dass so etwas passiert ist? Wir fehlen die Worte Gesammelt zwei Was steht da? Gesammelt zwei Drei Okay, weiter, 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 weiter Komm Schmeiß runter Fünf von sechs Gesammelt drei? Ja, wo sind denn die anderen? Ja, toll Und jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Wir haben vier von sechs Päckchen Und jetzt? Gesammelt vier Ja, und die anderen zwei sind irgendwo da hinten Ja, aber was soll ich wissen denn wo? Ist das? Die Polizei war vor dir bei den Päckchen Das war's für heute, ohne Witz Ich bin gerade kurz davor, diesen Controller zu nehmen und kaputt zu machen Ich bin gerade echt kurz davor Leute, es tut mir leid Heute eine etwas kürzere Folge, aber ohne Witz Das ist zu krass, Alter Dann zeigen die nicht mal auf der Karte an, wo diese Päckchen sind, Digga Soll ich mir Woher soll ich mir die Päckchen ziehen? Aus dem Arschloch? Ich frag mich, was da los ist, Leute Aber es regt mich einfach übertrieben auf Weil wir sehen uns übermorgen wieder, am Samstag Ist zu heftig Macht's gut, Leute Lasst einen Daumen nach oben da Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann nutzt meinen Creator-Code bei Fortnite Ich verabschiede mich Haut rein Und ciao Bis zum nächsten Mal